500.000, sogar 2.000 Euro pro Monat pro Auftraggeber verlangen, dafür, dass du Kleinigkeiten auf Social Media machst, die für dich super simpel und einfach sind, für die aber total schwer. Herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Nick Geringer. Schön, dass du mit dabei bist. Und jetzt geht es darum, wie du 1.000 Euro pro Woche dazu verdienen kannst oder sogar mehr. Warum mache ich dieses Video hier aus dem folgenden Hintergrund? Und ganz viele Menschen, egal ob sie 16 sind oder sogar 50, schreiben mir immer wieder, dass sie ihr eigenes Geschäft starten möchten, dass sie mehr aus ihrem Leben machen wollen, dass sie vielleicht sogar in Coachings investieren möchten, sich ein neues Auto leisten möchten oder in Urlaub fliegen wollen, aber sie einfach zu wenig oder gar kein Geld haben. Und ich kann verstehen, woher das kommt, weil als ich damals 16 war, hatte ich auch keine Ahnung, wie ich schnell an viel Geld kommen kann. Und jetzt mittlerweile sind mir einfach neue Möglichkeiten und Wege über den Weg gelaufen, die ich selber natürlich eine ganze Weile lang schon nutze, die dafür sorgen, dass ich in Überfluss und Fülle lebe und dass du das ebenfalls hinkriegen kannst, um dir den nächsten kleinen oder großen Traum zu erfüllen. Nun, es gibt hier drei konkrete Sachen, die ich dir sofort empfehlen kann, die du machen kannst, um Geld zu verdienen. Und dann gibt es noch, sage ich mal, eine vierte Bonussache, die zum Schluss kommt, die ich dir dazu erzählen werde, die du ebenfalls für dich nutzen kannst. Also die allererste Sache, die du machen kannst, ist relativ simpel und zwar, du bietest Social Media Dienstleistungen an. Was bedeutet Social Media Dienstleistungen anzubieten? Es gibt tausende, zighunderttausende, Millionen Unternehmen da draußen. Weltweit, natürlich aber auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und alle von denen suchen entweder Praktikanten für Social Media oder sie suchen Agenturen oder Freiberufler, die ihnen bei Social Media helfen. Kleinigkeiten wie Beiträge auf Instagram und Facebook zu posten, Bilder zu bearbeiten, Videos zu schneiden, Transkripte zu erstellen oder einfach nur Grafiken zu machen. Gleichzeitig auch Facebook-Werbung zu machen, Webseiten zu bauen oder auch einfach nur E-Mail-Marketing zu machen, Texte zu schreiben. Es gibt so viele Sachen, die Unternehmen brauchen auf einer täglichen Basis, die keine passenden Mitarbeiter dafür haben. Und du hast die Möglichkeit, entweder dort als Mitarbeiter reinzugehen und das für die zu erledigen oder du hast die Möglichkeit, das als Dienstleistung zu verkaufen. Ganz egal, ob das irgendwie ein Mathe-Nachhilfe-Lehrer ist, ob das ein Karate-Studio ist, ein Friseur oder ein Restaurant. Du kannst das komplett entspannt von zu Hause aus freiberuflich machen und ganz easy 500.000, sogar 2.000 Euro pro Monat pro Auftraggeber verlangen dafür, dass du Kleinigkeiten auf Social Media machst, die für dich super simple und einfach sind, für die aber total schwer. Jetzt fragst du dich, oh Gott, Nick, ich kann doch aber kein Social Media, ich weiß nicht, wie es geht. Weißt du, wie du postest? Weißt du, wie man Texte schreibt? Weißt du, wie man Bilder bearbeitet? Wahrscheinlich ja. Das reicht schon vollkommen aus. Und alles andere, was basic ist, also nichts, was mit Performance-Marketing zu tun hat, das ist wichtig. Facebook-Ads und so weiter, da solltest du dir definitiv professionelle Hilfe holen von Leuten, die wissen, wie es geht. Dazu kannst du dir zig Kurse und Coachings kaufen, die unter anderem auch ich anbiete, findest du alles unten in der Beschreibung. Aber Sachen wie Bilder bearbeiten, Texte zu schreiben, Postings zu machen, Grafiken zu erstellen, Videos zu bearbeiten etc. kannst du alles auf YouTube lernen. Gib es einfach bei YouTube ein, wie du bestimmte Aufgaben erledigst und du findest Haufen Videos, die dir konkret zeigen, was du da machen kannst, die vollkommen ausreichen, um eine gute Dienstleistung liefern zu können. Das Einzige, was du jetzt nur noch machen musst, ist wirklich aktiv dann auf Leute zuzugehen und denen einfach anzubieten. Oftmals findest du auf eBay Kleinanzeigen, in Zeitungen oder in Online-Portalen, auch in Jobbörsen, findest du ganz oft Ausschriebe von Unternehmen, die konkret nach sowas suchen. Gleichzeitig ist es auch kein Hals- und Beinbruch, wenn du einfach mal auf die Menschen in deiner Umgebung zugehst, die selbstständig sind und sagst, hey pass mal auf, ich habe gesehen dein Instagram-Profil, das sieht noch nicht so geil aus. Ich habe gesehen dein Facebook-Profil, da kannst du noch was machen. Ich habe gesehen, du schaltest noch keine Werbung. Ich habe gesehen deine Webseite, die ist nicht mehr aktuell. Ich habe gesehen, du bietest keine Online-Reservierungen an. Ich habe gesehen, du machst das nicht, das nicht. Wärst du daran interessiert, dass ich das für dich übernehmen würde beispielsweise? Einfach mal offen zu fragen, auch offen mal nach Empfehlungen zu fragen, weil jeder hat in seinem Umfeld, egal ob du diesen Menschen direkt kennst oder über einen Freund, einen Bekannten, die Mutter, den Vater, wen auch immer, kennst du Selbstständige und Unternehmer, die genau sowas brauchen. Das ist der erste Way to go, den du machen kannst. Der zweite Way to go, den du machen kannst, ist, auf Fiverr zu gehen. Fiverr ist eine Plattform für Freiberufler, die alle Dienstleistungen, die ich dir vorher genannt habe und noch viel mehr anbieten können. Von Texte schreiben, Blogartikel erstellen, Postings machen, Grafiken machen, Visualisierungen etc. Kannst du dort deine Dienstleistung anbieten und hast die Möglichkeit, dort dann dementsprechend pro Auftrag bezahlt zu werden. Du teilst natürlich deinen Gewinn mit Fiverr nachher, das heißt, du gibst einen kleinen Prozentteil ab, dafür, dass Fiverr dich dort listet und dir, sage ich mal, die Aufträge besorgt, weil natürlich viele nach Freiberuflern auf Fiverr suchen. Fiverr ist natürlich auch bekannt dafür, dass dort generell günstige Arbeit eingekauft wird, weil das einfach auch viele Inder, Pakistanis und andere Menschen aus anderen Ländern kommen, die halt ein geringeres Bruttoinlandsprodukt haben. Das heißt, für die sind 10 Euro wie für uns 100 Euro, die halt dementsprechend für etwas, wofür du 100 Euro nehmen würdest, eher 10 nehmen und sogar sehr gut liefern. Das heißt, auf Fiverr ist es generell normal, dass man jetzt nicht die super krassen, utopischen Preise nehmen kann, aber es ist trotzdem möglich, mit Fiverr sich ganz entspannt ein paar hundert Euro dazu zu verdienen und wenn man sogar noch mehr Zeit investiert und sich auch damit auseinandersetzt, wie man mit Fiverr konkret an noch mehr Kunden kommen kann, über Bewertungen, Empfehlungen etc., kannst du dir damit auch ein Vollzeiteinkommen dazu verdienen, ist aber nur für die Überbrückung sinnvoll, weil du dich ansonsten totarbeitest, bei dem, was du an Auftragsvolumen reinkriegen musst, bis du mal wirklich auf 2.000, 3.000 Euro kommst und das im Vergleich zu der Arbeit, an Arbeitszeit, ist es dann nicht mehr so wert. Das heißt, du solltest das, wenn dann, zur Überbrückung nutzen und danach natürlich anfangen, selber Akquise zu machen, um für deine Preise verkaufen zu können. Der dritte Punkt ist beispielsweise Ebay und Spock. Ich selber stelle regelmäßig irgendeinen Krempel, den ich nicht mehr brauche, einfach auf Ebay Kleinanzeigen für 20, 50 oder 100 Euro. Am nächsten Tag holen den Leute ab und ich habe super easy 50 bis 100 Euro dazu verdient. So, Ebay Kleinanzeigen ist wirklich die absolut geisteskrankeste Fundgrube überhaupt, die einmal Artikel zusammenbringt und einmal Menschen, die diese Artikel haben möchten. So, das heißt also, wenn du irgendwas hast, was du nicht brauchst oder was du nicht unbedingt benötigst, packst du auf Ebay Kleinanzeigen. Ist es ein Playstation Controller, ist es eine Steckdosenleiste, ist es vielleicht ein Stuhl beispielsweise, irgendein anderes Möbelstück, packst du da drauf. Gleichzeitig haben wir alle einen Haufen Klamotten. Ich selber kaufe regelmäßig gerne viele Klamotten und auch teure ein. Das heißt also, ich habe, mein Kleiderschrank ist mittlerweile so voll, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich misste jetzt wieder aus und werde einen Teil natürlich einfach in die Kleiderspende geben, aber andere Sachen, die noch super gut erhalten sind und auch sehr wertvoll, teilweise Markensachen, egal ob es jetzt von Givenchy oder sonst was ist, werde ich einfach auf Spock tun und dort wieder verkaufen. Ganz egal, was ich dafür jetzt kriege, ich habe einfach etwas, was sonst nur rumliegt und was ich nicht benutze, daraus wieder Geld gemacht und kann dieses dann wiederverwenden. So, das sind im Prinzip die drei ersten einfachsten Sachen, die du machen kannst. Der letzte Bonuspunkt, den ich dir am Anfang versprochen habe, ist das Prinzip von Angebot und Nachfrage. Wie kannst du das Prinzip von Angebot und Nachfrage für dich nutzen? Du musst dir Folgendes vorstellen. Ich habe beispielsweise einen Kollegen bei mir, der hatte kein Auto gehabt. So, dann hat er sich gesagt, okay, alles klar, ich habe auch nicht viel Geld, ich will aber ein richtig krasses Auto haben. Ich möchte einen BMW M4 haben. So, den wollte er haben für sich, hat aber kein Geld gehabt. Was hat er gemacht? Er ist erstmal auf ImmoScout und sonstige Plattformen gegangen und hat dort eben nach Autos gesucht, die er sich günstig kaufen kann für 2.000 Euro. So, dann, der Grund, warum ja Menschen Autos auf Autos, ImmoScout, wo auch immer draufstellen, ist ja der, dass sie dringend Geld brauchen oder dringend das Auto loswerden möchten. Das heißt also, die Zeit sitzt denen im Nacken und die suchen dringend jemanden, der es kauft. Das bedeutet, du hast das Potenzial, mit denen zu falschen und zu verhandeln und dort die Preise massiv zu drücken, um dementsprechend eine viel höhere Leistung, einen höheren Mehrwert zu kriegen, als für das Geld, was du tatsächlich bezahlt hast. Da hat er sich das erste Auto für 2.000 Euro gekauft, ist damit drei Monate rumgefahren, hat es dann optisch angepasst, hat es nochmal ein bisschen modelliert, ein bisschen schöner gemacht und hat es nachher dann für 3.000 Euro wiederverkauft bekommen. Er hatte keinen zeitlichen Druck, hat es drinnen gelassen, hat den passenden Käufer gefunden und hat 1.000 Euro plus gemacht. Jetzt hat er 3.000 Euro, mit diesen 3.000 Euro hat er wieder ein Auto, was viel Mehrwert ist, für 3.000 gekauft und dann ist er wieder damit gefahren, hat es wieder ein bisschen angepasst, schöner gemacht, hat es wieder teurer weiterverkauft. Und das hat er so lange gemacht, bis er es jetzt geschafft hat, tatsächlich innerhalb von 12 Monaten auf einen 4er BMW zu kommen. Das heißt also, mit 2.000 Euro hat er es geschafft, jetzt einen 4er BMW zu fahren, der weitaus mehr wert ist und er arbeitet sich so jetzt die ganze Zeit weiter hoch und wird sich nachher dann die nächsten teureren Autos holen. Das heißt, was ich dir damit sagen möchte, ist folgendes, du hast super easy die Möglichkeit auf Ebay oder egal ob es Autos sind, egal wo, egal was, Sachen super günstig oder sogar kostenlos zu kriegen, die ein bisschen aufzupolieren und sie teuer weiter zu verkaufen und daran eine Marge zu haben. Das nennt sich auch einfach Flipping. Das bedeutet, du kaufst etwas günstig ein, hübscht es auf und verkaufst es teurer weiter. Es erfordert kein Startkapital in den meisten Fällen, wenn dann vielleicht ein bisschen was und das hat jeder auf der hohen Kante, um wirklich hier jetzt super schnell 1.000, 2.000 Euro Profit zu machen. Ganz egal, was du von diesen 4 Sachen nutzt, ich möchte nie wieder hören, dass du sagst, ich habe kein Geld, ich habe zu wenig Geld, ich kann es mir nicht leisten. Das ist eine absolute Bullshit-Ausrede. Jeder Einzelne, der sagt, er hat kein Geld oder er hat zu wenig Geld, ist einfach nur faul, ist einfach nur unkreativ und hat einfach keinen Bock, seinen Arsch hochzukriegen, um was zu machen. Weil das Internet und vor allem alle anderen Sachen da draußen, geben uns so viele Möglichkeiten, schnell und einfach an ein bisschen Geld zu kommen. Keiner sagt, dass du schnell einfach reich wirst. Reich zu werden, 100, 200, 300.000 Euro zu verdienen, 1, 2 Millionen Euro zu verdienen, erfordert harte Arbeit, Systeme und ein richtiges Business. Aber 1.000 bis 10.000 Euro zu verdienen oder sogar 20.000 innerhalb von kürzester Zeit, ist schnell und einfach machbar, ohne Ausbildung, Studium oder sonstigen Quatsch. Also, an der Stelle schreib mir jetzt deine geilsten Ideen oder die besten Sachen, die du gemacht hast, um schnell an Geld zu kommen, unten in die Kommentare rein. Teil das mit jemandem, der ständig rumholt, dass er zu wenig Geld hat und gib dem ganzen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Ich freue mich, wenn du den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, damit du nichts mehr verpasst und in dem Sinne freue ich mich, dich im nächsten Video zu sehen. Das war es von mir, dein Nick. Bis dann. Ciao. Das war es von mir, dein Nick. Bis dann.